Die Freude kam wieder in die Familie. Innerhalb von drei Monaten war dieser ganze Schmerz, dieses ganze Unbehagen verschwunden. Und meine Frau ist geheilt. Ich danke Gott. Ich habe die Lehre Bruno Grönings kennengelernt bei der Suche nach Heilung für meine Frau. Sie war seit acht Jahren krank. Sie hatte starke Migräneanfälle, begleitet von allgemeiner Schwäche, Müdigkeit und Atemnot. Sie konnte kaum atmen, kurz ein allgemeines Unwohlsein. Sie konnte kaum schlafen, verbrachte praktisch schlaflose Nächte. Sie konnte den Haushalt nicht mehr führen. Ich musste eine Haushaltshilfe einstellen, die sich um meine Kinder kümmern sollte. Da berichtete mir ein Freund von der Lehre Bruno Grönings und von einer Tagung in Ghana vom 3. bis 5. Februar 2006. Ich hatte keine Wahl, denn ihre Behandlung hatte mich sehr viel Geld gekostet. Da dies eine geistige Heilung war, riskierte ich es. Ich fuhr nach Ghana, nahm an der Tagung teil und war am 7. Februar zurück in Lomé. Und nach und nach kam sie zu sich. Die Kopfschmerzen verschwanden. Das Atmen wurde gut, der Schlaf kehrte zurück. Sie schläft gut. Die Freude kam wieder in die Familie. Innerhalb von drei Monaten war dieser ganze Schmerz, dieses ganze Unbehagen verschwunden. Und meine Frau ist geheilt. Ich danke Gott. Jetzt schläft sie. Macht selbst den Haushalt. Wir brauchen niemanden mehr, der sich um unsere drei Kinder kümmert. Sie ist vollkommen geheilt. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen. Vielen Dank.